Du bist interessiert an digitaler Jugendbeteiligung? Hast aber Fragen zu rechtlichen Aspekten? Dann mach mit bei unserem Jbj.muk Recht. Alles, was recht ist. Nach dem erfolgreichen Jbj.muk in 2018 gibt es nun einen neuen Jbj.muk speziell zu rechtlichen Fragen. Nein, kein Mo. Ein Mo. Ein Online-Kurs, der kostenlos und offen für alle ist. Er geht vier Wochen lang. In jeder Woche gibt es eine neue Einheit, die etwa zwei Stunden dauert. Und inhaltlich geht es um Grundlagenwissen zu rechtlichen Fragen der digitalen Jugendbeteiligung, Hilfestellungen und Tipps durch live und zeitversetzte Videogespräche mit Expertinnen aus der Praxis, Ideen für die Umsetzung rechtlicher Anforderungen sowie ganz viel Austausch mit anderen im Kurs. Meld dich an. Jetzt unter oncampus.de. Jbj.muk Recht. Ab 14.10. geht's los. Wir freuen uns auf dich.